Willkommen zurück bei Farm Machines Championships. Wir haben schon drei Rennen mehr oder weniger gut gemeistert. Jetzt müssen wir Kartoffeln pflanzen. Ich hätte euch ein bisschen später reinholen sollen. Jetzt haben wir noch den Ladenbildschirm wieder da. So bei den ersten drei Runden, na gut die erste Aufgabe war schon gut, ein Rennen. Aber beim Pflügen und, was war das zweite, Rasenmähen, da habe ich nicht so gut abgeschnitten. Aber immerhin habe ich jedes mal eine Medaille bekommen. Das ist doch besser als nichts. Und als vierte Aufgabe werden wir jetzt Kartoffeln pflanzen. Oder ernten, ich weiß gar nicht. Sieht nach Pflanzen aus. So, unten rechts bei der Uhr, da sieht man ja, was ich schon erledigt habe. Warum steht denn da ein Anhänger im Weg? Und die Aufgabe wird es sein, nicht schön zu machen, sondern schnell. Ein bisschen Verlust ist immer. So, mich würde mal interessieren, ob wir das auch als Multiplayer spielen können. Zumindest mal die Rennspiele. So selten dämlich abgestellt hier. Nicht so weit rechts, ist mehr links. Oh, zu früh angehoben. Ich bin doch noch auf sich zu beschweren. Ich brauche ein bisschen länger, um umzukommen. Und Ender, yippie! Das ist, würde ich sagen, eine Silbermedaille wert. Komm, zeig's mir. Sogar Gold. Ich bin klasse. So, kann ich mir was kaufen? Bremsen kaufen. Wer kauft schon Bremsen? Sportgetriebe, hört sich doch besser an. Habe ich neue Designs? Immer noch die gleichen. Das bedeutet, dass wir zum nächsten Turnier gehen. Slalom mit Anhänger, das hört sich gut an. H-Spiel starten. Ja, also für die erste Runde macht's sehr viel Spaß. Es ist die Frage, wie lang man so ein Spiel spielen kann, wann es langweilig wird. Aber, ich hab ja schon gesagt, bis zum 26. Mai, glaub ich, ist dieses Spiel bei Steam im Angebot. Und da kostet's nur 3,50€. Und das ist mir der Spaß wert. Oje. So, was, ich muss jetzt zu dem hin. Und dann hier rüber. Und dann hier. Hey, das sieht ja gut aus. Und dann hier. Oh, jetzt wird's Seng. Ah. Beschwer dich nicht. Willst du's so rum haben? Mich irritiert, dass ich gegen den Pfeil fahre. So. Ob man... Das ist zu kompliziert für ein Chemieter. Ah, ne. Ich kann geradeaus fahren. Ah, da hab ich Glück gehabt. So. Wie geht's denn dann weiter? Ah. 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 Du bist doch blöd. Oh. Ah. 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 Ah, na gut, das geb ich zu. Das war mein Fehler. Vielen Dank. Oh, was? Du hast noch einen Stich, niemals. Ihr glaubt doch nicht, dass diese Bande euch hier das Leben rettet. Hey, da spielt jemand Bowling. Oh, shit, ich werde disqualifiziert, so wie so aussieht. Oh, shit, ja. Wir haben noch Bronze. Nee, Leute, das kann nicht sein, da müssen wir noch mal durch. Das kann ich euch nicht ersparen. Ihr kennt mich ja und meine Fahrweise, aber so schrecklich muss es ja nicht sein. Komm, mach schon. Das haben wir doch schon geladen gehabt. Der ist ja merken soll. So, darauf achten, dass wir mit dem Traktor und nicht mit dem Anhänger oder mit etwas anderem dieses komische Symbol erwischen. Und dann ist alles gut. So, und das mal außen rum. Okay, Hammer. Nicht zu eng. Okay, Timita, machst du gut. Weiter geht's. Wenn man die Strecke ein bisschen kennt und weiß, worauf man achten muss, geht das auch noch besser. Oh, du bist zu schnell. Sorry, sorry. Was macht er denn? Leider hast du es nicht geschafft. Du hast einen... Der steht auch noch. Ach, das war so gut. Na gut, machen wir weiter. Ich will euch ja noch ein anderes Rennen zeigen. Rennen mit Gegner. Auf jeden Fall. Und wieder ein Ladebildschirm. Und wieder ein Ladebildschirm. Das ist halt ein gefährlicher Sportzonen-Traktor-Rennen. Sollen wir nicht im Weg rumstehen. So, wieder mit Anhängern. Die haben bessere Beschleunigung als ich. Warum das? Komm, Kleiner. Das schaffst du. Ah, die Brems in der Kurve. Wer Brems verliert. So, jetzt achte ich aber ein bisschen mehr auf die Map. Oh Mann, ich krieg da nichts auf die Reihe. Die sind schneller als ich. So, aber ich hab euch. Ja. Komme ich vorbei? Du bist ein blöder Hund. Was hier beim Traktorrennen auch Windschattenfahren gibt. So, die hab ich. Die lasse ich hier nicht in den Kurve rein. Nein, nein, nein. Na, na. Bleib, bleib bei uns. Warum hat denn der gewonnen? Hätte ja genauso gut umkippen können. Ah, ich war zu früh. Ich wollte hier schon einbiegen. So, jetzt versuche ich es mal bei dir zu schneiden. Sauber. Oh, da vorne ist Ziel. Das schaffe ich nicht. Das ist weiter Platz, aber immerhin. Warte nur, bis ich mein Traktor mehr getunt habe. Ja, was macht denn ihr hier? Das sieht ja toll aus. Und ich hab ein bisschen Geld verdient. So, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. 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 .